Musik Ich bin der Einstellung, dass schlussendlich alles ein bisschen Kopfsache ist und dass eigentlich psychisch schon Zollbrenner gemacht ist. Musik Das mit dem Entspanntsein im Kopf ist sicher individuell. Einer kann es besser, der andere weniger gut. Ich glaube, das ist der Typ. Und dieser Typ bin ich. In einer Schweizer Bootpilot bedeutet es nicht einfach, im Winter eine Schlitte zu haben und Pop zu fahren. Es ist eine Randsportart. Wir können nicht davon leben. Musik Ich bin Michael Kionna. Ich komme aus dem Wallis. Ich fahre seit sechs Jahren Pop und seit zwei Jahren bin ich jetzt Pilot selbst. Musik Popfaro ist ganz cool, weil es ist unter anderem der Start. Du musst schnell sein, wie du es auch. Und im Start machst du ein Drittel vom ganzen Endresultat. Musik Musik Nachher natürlich unterwegs die Gehkräfte, die du hast, die Geschwindigkeiten. Musik 155 Stundenkilometer. Man kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man nur in einem Schlitten sitzt, mit einem Zentimeter Carbon links und rechts und dem Helm. Es ist nicht smooth im Eiskanal. Also das Rundpilot, du hast ein paar Mal links oder rechts einen Schlag. Wenn man sich vorstellt, dass es in Teilkurven bis zu 5G gibt, bedeutet das, dass es drei Tonnen der Schlitte an die Wand bringt. Und das ist sicher auch ein Grund, weshalb mir der Pop-Sport so gefällt. Das gibt viel Adrenalin. Ich glaube, die Angst ist fehl am Platz beim Pop-Sport. Wichtig ist, dass man gesunden Respekt hat. Dass man genau weiß, was passieren kann. Aber ich glaube, das ist bei jeder Spur dort so. Und Angst haben wir hoffentlich nicht. Und ich hoffe auch meine Oschi eben nicht. Wenn du mit einem erfahrenen Pilot herunterfährst, dann sitzt du hinein und denkst schon unterwegs, alles Mögliche, weil du weisst, es passiert dir nichts. Aber ich bin auch schon mit Anfänger runtergefahren und da muss ich ganz ehrlich sein. Da hatte ich am Start extreme Angst und dachte, ich will nicht. Aber ja, das Team braucht dich und dann bist du eingestiegen. Aber eigentlich hatte ich keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Also ich sage, wir sind ein relativ einfaches Team. Ich sehe es von anderen Teams. Da ist viel mehr Theater und Unruhe zum Teil drehen. Und wir sind immer lustig. Und ich bin einer, der gerne uns allen eine Challenge macht. Gut. Gut. Und. Wenn man irgendwo ein Ofo ist, dann macht man dir am längsten die Hand dran. Auch in die blöden Schellen. Und in meinem Team sind eigentlich alles verrückte Typen. Und da macht fast jeder mit, immer. Auch wenn wir teils noch nicht so lange miteinander unterwegs sind, haben wir es halt recht schnell gefunden und sind zu einem guten Team geworden. Und wie gesagt, eben es ist wichtig. Ich weiss ganz genau, ich kann mich auf jeden von denen verlassen. Und das braucht es, wenn du schlussendlich Erfolg haben willst. Wir sind viele Stunden in der Garage. Neben dem Sport allgemein. Wir sind sehr viele Stunden in der Garage. Es wird am Schlitten geschaffen. Die Kaufen werden immer wieder präpariert. Allgemein im Schlitten müssen wir auch viel kontrollieren, Schreiben anziehen und schauen, ob alles noch hat. Weil, wenn du mit 150 kmh unterwegs bist, ist es sehr ungünstig, wenn ein so ein Schreiberlocker ist. Ich würde sagen, etwas von mir am besten ist, also in der Arbeit selbst sicher eine Kaufen zu schleifen. Es geht immer extrem lang. Und ja, da muss man sehr genau arbeiten. Ja, es verbindet sicher, wenn man auch viele Stunden in der Garage ist, wenn man zusammen arbeitet. Das ist sicher auch eine Teambuilding-Zeit. Wir sind den ganzen Winter natürlich miteinander unterwegs. Das bedeutet, wir trainieren uns zusammen. Und im Sommer ist es halt so, dass jeder irgendwo anders wohnt in der Schweiz. Das heisst, mehr oder weniger trainieren wir allein. Wir trainieren vor allem Kraft- und Sprinttraining im Sommer. Vor allem, wenn wir zuhause sind, kann nicht jeder Garage schieben, weil er nicht das Material hat. Dementsprechend wird zwei-, dreimal in der Woche Kraft trainiert plus nochmal zwei-, dreimal in der Woche Sprinttraining. Auch das Sprungtraining ist ein wichtiger Teil von uns im Training, das wir haben. Wir haben die ganze Familie immer Sport gemacht. Der Vater hat Sport gemacht, die Mama hat Sport gemacht, meine Brüder haben alle Sport gemacht. Und so ist man eigentlich ein bisschen in den Sport drin gewachsen. Also ich habe Lichtathletik gemacht, im Hobby. Also hobbymässig. Und 2014 ist der Clemens Bracher, mein erstes Poppilot, in einem Lichtathletik-Meeting gesehen. Er hat Asschieber gesucht. Ich habe da mitgemacht. Er ist nach einem Meeting zu mir gekommen und hat gesagt, los, ich brauche noch Asschieber. Er hat Lust, einmal ein Probentraining zu machen. Ich habe ihm immer gesagt, im Oberwallis kommst du mit Lichtathletik nicht weiter, weil er in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und er hat nicht laut gelassen. Da habe ich immer so überrascht gewesen. Er hat mich nicht losgelassen. Und es ist nachher ein Lichtathletik. Wir haben dann ein Meeting gegangen, 100 Meter auf Thun, das können wir nicht kennen der Geschichte. Und er kommt zurück und sagt, ich habe die Möglichkeit in die Welt, also in Europa gehöre zu gehen. Und dann habe ich ihm gesagt, mach das, ich stehe hinter dir. Ich bin auf Andermatt gegangen, habe das erste Mal angeschoben, immer bei der Rolle, also nicht von mir. Ich habe Leistungstest gemacht und bin sehr schnell mal aufgenommen worden im Schweizer Bobsport. Mit dem Ziel immer Olympische Spiele natürlich. Und vier Jahre später, 2018, hat es auch geklappt. Ich habe noch mit Clemens an die Olympische Spiele gegangen. Ich bin sogar im Vierer noch Vierter geworden. Und nach den Olympischen Spielen habe ich mich entschieden, selber Pilot zu werden. Du hast ein Ziel und das ist Olympia. Sonst machst du das eigentlich nicht. Und es ist sehr viel Leidenschaft dahinter. Aber nach dem Arbeiten im Sommer, gehst du noch ein bisschen schwitzen, stellst dich für den Winter ein, gibst du auch alles im Sommer für den Winter. Und dementsprechend ist dann ganz klar, dass du Olympia teilnehmen willst. Ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich an ein Limit stossen oder in nächster Zeit werde, an ein Limit stossen. Es ist mehr so, dass der Winter die entspannter Jahreszeit ist vom Sportler. Wir sind unterwegs und können uns voll auf den Sport konzentrieren. Im Sommer gegenüber ist eher das Gegenteil. Wir arbeiten alle. Du bist acht Stunden am Arbeiten. Nach dem Arbeiten machst du nur dein Training. Du hast noch ein Sponsorgespräch, du musst noch ein paar E-Mails schreiben, einen Vertrag machen. Und da wird es schon so, dass es gerne mal am Abend 10 Uhr wird. Und dann gehst du zu schlafen und morgens stehst du wieder rauf und arbeiten. Und das ist mehr die Zeit, wo ich mir denke, hoffentlich wird es eines Tages lohnen, weil es verdammter Aufwand ist. Ich glaube, der Michael ist sicher der Sohn von mir, von den drei Buben, die ich habe, die er erbten. Ich glaube, der Michael ist eher der Typ, der fast Erfolg will. Und der Unterordnung und dem alles. Und das ist, glaube ich, wichtig und scheine Stärke auch, dass er auf das setzt war. Es ist wirklich ein Ziel. Es ist gleichweise ein Unternehmer, du musst ein Ziel haben und auf das hinarbeiten. Und das verlangt Disziplin. Du musst auf das trainieren, du musst verzichten und du musst es nie als Möglichkeit lassen. Wenn es um Athletik geht, dann gibt es immer Wettkämpfe und er kann noch Leistung bringen. Der Michael ist sicher, ja, er ist wie gesagt schon ein Challenge-Typ. immer einen Wettkampf aus allem machen. Es kann extrem lustig sein locker. Und dann, wenn es darum geht, einen Wettkampf zu machen, kann er dadurch auch sehr konzentriert und professionell in dem sein. Aber sonst ist das genau die Mischung, die es nachher eben ausmacht. Weil so kann man einen Wettkampf zum Teil hergehen und wir wissen, wir haben noch Reserven. Und das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Also im Moment ist es sicher so, dass ich sage, wir wollen an Olympia mitmachen in zwei Jahren. Aber ja, wenn wir wissen, dass wir mitmachen können, können wir sicher unsere Ziele noch höher setzen. und wir haben auch schon etwas geren lassen. Bei BobSport kaufst du zu viel Geld. Es braucht so viel Zeit. Im Sommer hast du überhaupt überhaupt keine Freizeit für dich. Wenn es nicht gerne würde, wenn es nicht deine Leidenschaft wäre, würdest du es, glaube ich, gar nicht machen. Pop-Sport ist eigentlich ein Teil des Lebens. Ich finde es schön, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen kann. Wir sind den ganzen Winter unterwegs und jeden Tag kann ich Sport machen. Das, was ich gerne mache, sind meine Berufe im Winter. Es ist nicht so, dass jeder im Job glücklich ist. Ich bin sehr glücklich in meinem Job und das ist eigentlich eine super Sache. behold ein. ihren Irgendwie Untertitelung des ZDF, 2020